Es ist der Herbst des Jahres 2029. Deutschland hat gewählt und steht vor einer Zeitenwende. Zum ersten Mal hat eine Partei die absolute Mehrheit, die sich in keines der bestehenden politischen Muster einordnen lässt. Eine Partei, die lange belächelt wurde, jetzt aber plötzlich über allen anderen steht. Und das nutzt sie auch aus. Innerhalb weniger Wochen wird Deutschland komplett auf den Kopf gestellt. Ende des Jahres ist die Hälfte aller Millionäre ausgewandert. Die Türkei hat Deutschland den Krieg erklärt. Und um den kompletten Osten des Landes wird eine Mauer gebaut. Und das ist erst der Anfang. Der Anfang, wenn eine Partei in Deutschland regiert, die die Partei heißt. Ich weiß, bisher stellt die Partei gerade mal zwei Abgeordnete des Europäischen Parlaments und ist auch weit davon entfernt, bei Bundestagswahlen überhaupt über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Aber das könnte sich ändern. Warum? Und was dann mit Deutschland passieren würde, darum geht's in diesem Video. Zuerst mal muss man sagen, während die anderen Videos rund um die Frage, was wäre, wenn Partei XY regiert, komplett auf Grundsatz- und Wahlprogramm basieren, ist das bei der Partei, die Partei, ein bisschen schwieriger. Sie hat zwar auch ein Grundsatzprogramm, allerdings ist das schon rund 16 Jahre alt und wurde seitdem nicht mehr überarbeitet. Unten in der Infobox habe ich es euch verlinkt. Außerdem kann man bei der Partei nicht von einer einheitlichen politischen Linie sprechen, sondern eher von wechselnden Ansichten. Je nachdem, was politisch gerade passiert. Die Partei ist nämlich quasi der Spiegel, der der etablierten Politik vorgehalten wird und die damit kritisch, aber auch unterhaltsam Dinge hinterfragt. Wisst ihr sicherlich. Was ganz wichtig dabei ist, man sollte nicht alles zu ernst nehmen, was von der Partei kommt. Denn sie ist, und auch das wisst ihr, eine Satirepartei. Gegründet von dem damaligen Chefredakteur der Satirezeitschrift Titanic, Martin Sonneborn, vor eben 16 Jahren. Er ist bis heute auch der Parteivorsitzende. Generalsekretär ist ein Mann namens Thomas Hintner, nachdem auch die Jugendorganisation der Partei benannt ist. Hintner-Jugend. Klar, das ist eine ironische Anspielung auf die Hitler-Jugend während der Nazi-Zeit. Warum es die Partei gibt? Naja, wir wussten tatsächlich nicht, was wir in der anstehenden Bundestagswahl wählen sollten. Das sagt deren Vorsitzender Martin Sonneborn und bringt das auch ganz gut auf den Punkt. Die Partei ist quasi eine Anlaufstelle für diejenigen, die mit der etablierten Politik nicht mehr so viel anfangen können, die gar nicht wissen, wen sollen wir denn wählen. Denen unsere Demokratie aber sehr wichtig ist und die auch für die Werte dieser Demokratie eintreten wollen. Dabei muss man sagen, wenn man sich nur das Grundsatzprogramm der Partei durchliest, dann ist da gar nicht so viel von Spaß zu erkennen. Im Grunde liest sich das Meister dort ziemlich seriös, bis auf diese eine Sache mit Ostdeutschland vielleicht, aber darüber sprechen wir gleich noch. Allerdings muss man dann wieder dazu sagen, die Partei musste das Programm so formulieren, ansonsten wäre sie gar nicht zu Wahlen zugelassen worden. Ihren bisher größten Erfolg hatte die Partei 2014, als sie bei der Europawahl so viele Stimmen bekommen hat, dass Martin Sonneborn als Abgeordneter ins EU-Parlament geschickt werden konnte. Und dann 2019, als zu Martin Sonneborn auch noch der Kabarettist Nico Semsrott dazukam. Besonders bemerkenswert dabei ist, unter den Erstwählerinnen und Erstwählern war die Partei bei der EU-Wahl 2019 mit 9 Prozent drittstärkste Kraft. Und auch bei der Bundestagswahl 2017 sah es bei den jungen Wählern gar nicht so schlecht aus. Die Partei hat inzwischen Mitglieder in Stadträten sitzen, in Kreistagen und in anderen lokalen Gremien, zum Beispiel in Uniparlamenten. Da stellt sie teilweise auch die Vorsitzenden. Zu den Mitgliedern und Unterstützern der Partei gehören auch viele Prominente, unter anderem Bela B. von den Ärzten oder die Rapper Nico und Maxim von KIZ. Und ich weiß, insgesamt ist die Partei trotz allem noch sehr weit von einer Mehrheit auf Bundesebene entfernt. Aber es zeigt, vor allem bei den ganz jungen Leuten kommt die Partei gut an. Und genau das nehmen wir als Basis für unser Szenario. Gehen wir mal davon aus, dass die heute unter 30-Jährigen 2029 so enttäuscht von der Politik sind, dass sie sich neuen Optionen zuwenden und so für einen kometenhaften Aufstieg der Partei sorgen. Schon bei der EU-Wahl ist sie stärkste Kraft und bei der Bundestagswahl bekommt sie dann schließlich die absolute Mehrheit. Was passiert dann? Na ja, möglich sind, denke ich, zwei Szenarien. Starten wir mal mit Szenario Nummer eins. Eine Umsetzung eins zu eins. Ja, wir nehmen die Partei wörtlich. Das, was sie in ihrem Programm schreibt, wird mehr oder weniger genauso umgesetzt. Was würde das bedeuten? Tja, zunächst mal müssen wir uns anschauen, wofür der Name Partei eigentlich steht. Das ist in diesem Fall nämlich eine Abkürzung für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Und genau das sind auch die wichtigsten Punkte in dem, wie schon gesagt, doch recht ernsthaften Grundsatzprogramm. Wenn die Partei an die Regierung kommt, dann würde unter einem Bundeskanzler Martin Sonneborn also vermutlich folgendes umgesetzt werden. Als eines der wichtigsten Vorhaben geht die Partei das Thema Chancengleichheit an. Und zwar mit aller Konsequenz. Der Spitzensteuersatz wird um, sagen wir, 40 Prozentpunkte angehoben. Bei einem sogenannten Existenzmaximum von einer Million Euro. Gleichzeitig steigt der Steuerfreibetrag von rund 9000 Euro jetzt auf dann 30.000 Euro. Und nicht nur das, als einen der ersten Schritte führt die Partei ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und senkt die Bezüge von Bundestagsabgeordneten auf Hartz-IV-Niveau. Gleichzeitig werden die Rechte von Frauen gestärkt. Entsprechend einer Forderung aus dem Programm zur Bundestagswahl 2017 werden Manager-Gehälter an die BH-Größe gekoppelt. Das Prinzip von privater und gesetzlicher Krankenversicherung wird aufgelöst. Es gibt unter der Partei nur noch eine einzige Krankenversicherung, die vor allem von den Besserverdienern finanziert wird. Für alle gelten exakt die gleichen Bedingungen. Und auch ganz wichtig, Bildung wird komplett kostenlos. Wer studieren will, aber nicht das nötige Geld dafür hat, der bekommt Geld vom Staat. Das muss man auch nicht zurückbezahlen. Und das bis zu 15 Semester lang. Weitere wichtige innenpolitische Dinge, die die Partei umsetzen würde, sind Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz und eine Umstrukturierung der Bundesländer. Tatsächlich. Zitat dazu aus dem Grundsatzprogramm von 2004. Wir streben die Verringerung der Anzahl der Bundesländer auf maximal acht durch einen Volksentscheid an. Die fünf Länder Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sollen dabei zu einem starken Ostbundesland zusammengefasst werden. Dieses Bundesland will die Partei dann Sonderbewirtschaftungszone nennen. Kurz SBZ. Ist ganz offensichtlich eine Anspielung auf den Begriff sowjetische Besatzungszone, auch kurz SBZ, nach dem Zweiten Weltkrieg. Immer wieder haben führende Mitglieder der Partei betont, dass sie in diesem Zusammenhang die Mauer wieder aufbauen und den Osten vom Westen trennen wollen. Eventuell würde also durch die Partei ein zweiter deutscher Staat entstehen. Und bei Wahlen soll es die Möglichkeit geben, mit einer Ja- und mit einer Nein-Stimme zu wählen. So sind auch negative Ergebnisse denkbar. Je nachdem, wie beliebt oder unbeliebt eine Partei ist. Ganz wichtig für die Partei ist auch der Klima- und Tierschutz. Das Leugnen des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels, wird unter ihr ein Verbrechen, das mit dem Entzug des Führerscheins bestraft wird. Und auch für das Thema Tierschutz hat die Partei eine Idee. Sie will künftig Tierversuche komplett verbieten und stattdessen Spitzensportler für Medikamententests nehmen. Auch Bibi von Bibis Beauty Palace wäre laut der Partei eine Option. Die Begründung ist, die würden alle sowieso schon so viele Tabletten schlucken, da käme es auf die paar mehr auch nicht mehr an. Und auch international würde die Partei einiges umkrempeln. Deutschland würde sich für den Rauswurf von Ländern wie Ungarn und Polen aus der EU einsetzen. Außerdem würde das Land unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen, also quasi unbegrenzt. Zitat Und Deutschland würde vermutlich an der Atombombe bauen. Sämtliche internationale Abkommen kämen auf den Prüfstand und nicht nur das, es würde ein Krieg mit der Türkei beginnen. Davon kann man ausgehen, denn gemäß dem Bundestagswahlprogramm von 2017 würde die Regierung unter der Partei den türkischen Präsidenten Erdogan festnehmen und Zitat einkerkern. Gleichzeitig würde sie versuchen, die Türkei mit NATO-Truppen zu besetzen. Was dabei herauskommt, kann man sich vorstellen. Weitere wichtige Vorhaben einer Parteiregierung sind, Cannabis wird komplett legalisiert, Bier bekommt eine Preisbremse und bei Wahlen dürfte man erst mitmachen, wenn man mindestens eine von drei Fragen richtig beantwortet hat auf dem Wahlzettel. Plus, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit würde auf 35 Stunden sinken. Das alles könnte passieren. Oder aber auch nicht. Und damit sind wir bei Szenario Nummer zwei. Der Populismus setzt sich durch. Satiriker oder Kabarettisten, die an die Macht kommen. Das wäre international gesehen gar nichts wirklich Neues. Und nicht immer ging das für die Wähler so aus, wie sie sich das vorher vorgestellt hatten. Zum Beispiel in Italien. Hier hatte der Satiriker Giuseppe Piero, genannt Pepe Grillo, im Jahr 2009 aus Protest gegen die etablierte Politik eine Partei gegründet. Das Movimento Cinque Stelle, auf Deutsch Fünf-Sterne-Bewegung. Und diese Partei hatte ziemlich schnell Zulauf. So viel, dass sie 2013 aus dem Stand zweitstärkste Kraft im Parlament wurde. 2018 sogar stärkste Kraft. Und genau hier zeigte sich ein großes Problem. Viele Italiener hatten die Partei gewählt, weil ihnen deren Forderungen gefallen haben, obwohl einige dieser Forderungen ziemlich unrealistisch waren. Von einer kleinen Protestbewegung hatte sich die Fünf-Sterne-Bewegung zu einer, kann man schon sagen, populistischen Partei entwickelt, von der Teile gar nicht an einem echten politischen Diskurs interessiert waren. Es hat sich gezeigt, Opposition lässt sich als satirische Partei sehr gut machen, aber in der Verantwortung wird es schwierig. Auch, weil das entsprechende Personal fehlt. Und damit dann die Erfahrung. Cinque Stelle ging sogar eine Regierungskoalition mit der extrem rechten Liga Nord ein, die sie einige Jahre zuvor noch bekämpfen wollte. Die Koalition ist allerdings nach ziemlich kurzer Zeit gescheitert. Und heute ist die Fünf-Sterne-Bewegung immer noch an der Regierung, schafft es aber nach wie vor nicht so richtig, politisch Fuß zu passen. Wie schwierig es ist, von der Unterhaltung in die Politik zu wechseln, das musste auch Volodymyr Zelenskyj erfahren. In einer TV-Serie hat er auf sehr lustige Art und Weise den ukrainischen Präsidenten gespielt, bis er 2019 mit großer Mehrheit in genau dieses Amt gewählt wurde. Versprochen hatte er mehr Transparenz, Abschaffung von Korruption und Frieden im Land. Gelungen ist ihm davon bisher wenig. Kritiker sagen sogar, er würde fast genauso weitermachen wie seine Vorgänger. Und auch hier zeigt sich wieder, Politik ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein knallhartes Geschäft. Musste unter anderem auch Guatemalas Präsident Jimmy Morales feststellen, lange Zeit der beliebteste Komite des Landes, jetzt unter anderem wegen mutmaßlich illegaler Parteispenden in der Kritik. Und ein ähnliches Schicksal könnte auch der Partei drohen. Würde sie von der Opposition zur Regierungspartei werden, dann könnten ihr viele Dinge auf die Füße fallen, die vorher überhaupt kein Problem waren. Mangelndes Führungspersonal mit politischer Erfahrung zum Beispiel, fehlende Ideen für tiefgreifende Veränderungen und auch das, die Gefahr zu einem Sammelbecken für Unzufriedene aus allen politischen Richtungen zu werden. Die Partei könnte vor einer großen Zerreißprobe stehen und damit schon wieder kurz vor dem Ende ihrer Regierungszeit. Wenn die Menschen merken, okay, auch die kochen nur mit Wasser. Was ich damit sagen will ist, es könnte natürlich sein, dass die Partei an der Regierung einiges umstellen und auf den Weg bringen wird. Es könnte ihr aber auch das Schicksal ähnlicher Bewegungen und ähnlicher Politiker drohen. Sicher ist es nicht. Aber natürlich würde mich an dieser Stelle mal eure Meinung interessieren. Fändet ihr es gut, wenn die Partei an die Regierung kommt? Oder hättet ihr damit ein Problem? Und welches der beiden Szenarien trifft eurer Meinung nach eher zu? Gibt es vielleicht noch ein drittes, ein viertes Szenario? Und dieses Video war übrigens ein Wunsch, den sich extrem viele von euch gewünscht haben. Einen gewünschten Wunsch, sagt man das so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es dazu sehr viele Kommentare von euch. Deshalb habe ich dieses Video hier gemacht. Und hier neben mir findet ihr ein weiteres, das passiert, wenn XY regiert, nämlich mit der Linken. Und direkt darunter etwas von den Kollegen vom Bohemian Browser Ballett zum Thema Trashpartei SPD. Nicht ganz ernst gemeint, schaut da gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.